Herzlich Willkommen meine sehr geehrten Damen und Herren, ich freue mich ganz außerordentlich mit Ihnen gemeinsam einen kurzen Tour d'horizon, also einen kurzen Abriss der Datenschutzgrundverordnung mit einer spezifischen Perspektive auf den öffentlichen Bereich vornehmen zu können. Das wird eine sehr interessante und anspruchsvolle Aufgabe für alle von uns, weil diese Datenschutzgrundverordnung jetzt im Mai 2018, genau genommen ab dem 25. Mai 2018, auch in Österreich sowie in allen anderen europäischen Mitgliedstaaten anwendbar sein wird. Erlauben Sie mir noch ganz kurz ein paar Wörter zu mir. Ich bin am 27. Mai 1968 geboren, das sage ich hier jetzt mit vollem Bewusstsein, obwohl es ein datenschutzrechtlich relevantes Datum ist, deswegen, weil ich eben zwei Tage nach der Anwendbarkeit der Datenschutzgrundverordnung am 25. Mai 2018 50 Jahre alt werden werde und diese Datenschutzgrundverordnung das größte Geburtstagsgeschenk, das man zum 50. Geburtstag kriegen kann als Datenschutzrechtler ist, deswegen, weil ich ganz sicher bin, dass ich mit dieser Datenschutzgrundverordnung in Pension gehen werde können. Es ist noch so viel offen und so viel zu diskutieren, dass mich das für den Rest meines Berufslebens beschäftigen wird. Das ist wahrscheinlich auch die wichtigste Botschaft dieser gesamten Videoserie. Sie müssen sich darauf einstellen, dass die eigentlich interessanten Fragen nicht bis Mai 2018 beantwortet sind, sondern erst dann so richtig losgehen und wahrscheinlich noch einige Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, uns alle beschäftigen werden. Mein Hintergrund ist, ich arbeite an der Uni Wien, ich habe dort eine Professur für Technologierecht und Immaterialgüterrecht, war davor viele Jahre in Hannover und habe ein Institut jetzt hier zu leiten, das sich mit Digitalisierung und Innovation im Recht beschäftigt. Mein Background ist aber auch dadurch geprägt, dass ich an der Leibniz-Uni Hannover, wo ich viele Jahre eben auch als Professor tätig war, unter anderem auch mehrere Jahre lang Datenschutzbeauftragter war, also auch sozusagen die praktischen Aspekte dieser Anforderungen recht praktisch erlebt habe. Ich war an dieser Universität auch Chief Information Officer, das ist der, der schuld ist, wenn der Drucker nicht geht. In Praxis, in Theorie ist er der, der die strategischen Entscheidungen an der Uni, wenn es um IT geht, verantwortet. Ich kenne also sozusagen IT-Strategie und Datenschutz auch aus einer praktischen Perspektive. Das sage ich deswegen, weil man natürlich bei allem, was man hier akademisch hört und bei allem, was man an Beratung hört, immer das auch in einen Kontext setzen muss mit dem, was dann praktisch wirklich möglich ist. Ich werde versuchen, das an der einen oder anderen Stelle auch stärker zu betonen. Apropos, es ist jetzt so, dass spätestens seit 2017, in manchen Bereichen sogar schon länger, ganz viele Menschen auch in Österreich aufgetreten sind und immer noch auftreten. Mit dem Argument, durch die Datenschutzgrundverordnung werde jetzt Datenschutzrecht komplett anders als bisher. Es sei da ganz viel Neues zu berücksichtigen und deswegen bestünde ganz, ganz viel Beratungsbedarf in alle möglichen Richtungen. Ich möchte auch das gleich ganz am Anfang hier sehr stark relativieren, indem ich Ihnen versuche ganz kurz zu zeigen, dass das auf der einen Seite zwar ein bisschen richtig ist, auf der anderen Seite aber in großen Feldern falsch und zwar wesentlich deswegen, weil ganz viel von dem, was wir im Datenschutzrecht bisher schon kennen, älter ist als die Datenschutzgrundverordnung und auch weiterhin in Kraft bleibt. Die Datenschutzgrundverordnung ist in dieser Pyramide, die Sie hier hinter mir sehen, nur ganz, ganz unten. Es gibt ganz viel an den Bereichen oberhalb, die weiterhin unverändert in Kraft bleiben. Das beginnt bei völkerrechtlichen Grundlagen, zum Beispiel gibt es entsprechende europäische Abkommen, die in die 80er Jahre zurückgehen, über das sogenannte Primärrecht. Das sind also die sozusagen Verfassungsbestimmungen der Europäischen Union über die Europäische Menschenrechtskonvention, bis hinein in ganz viel sogenanntes Sekundärrecht. Das sind Richtlinien und Verordnungen der Europäischen Union, die alle weiter bestehen oder parallel dazu entstehen. Und die Europäische Datenschutzgrundverordnung ist nur ein ganz kleiner Bestandteil, der sich verändert, der aber auch, auch das werde ich Ihnen zeigen, an vielen Stellen Dinge übernimmt, die seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten bekannt sind. Es ändert sich also viel, viel weniger, als manche Laien auf den ersten Blick glauben. Es ändert sich vor allem für diejenigen, die schon bisher ein gewisses Auge für Datenschutzrecht hatten, an den Grundsätzen so gut wie gar nichts. Wenn Sie also schon bisher sich mit Datenschutzrecht beschäftigt haben und wenn Sie das Gefühl haben, dass Sie einigermaßen datenschutzkonform unterwegs waren, dann ist kein Grund, in Panik zu geraten. Ganz viel von dem, was Sie bisher gemacht haben, werden Sie auch weitermachen können und müssen. Dann reden wir nur noch über Details. Wenn Sie bisher von Datenschutzrecht noch nie gehört haben, dann ist das jetzt wirklich der Anlass, sich damit zu beschäftigen und damit aber Dinge, die schon Jahrzehnte alt sind, zu implementieren. Wenn ich die Datenschutzgrundverordnung deswegen in einer einzigen Minute zusammenfassen könnte oder müsste, dann würde ich sagen, es ist keine Revolution, es ist ein evolutionärer Vorgang, kein revolutionärer Vorgang. Gleichzeitig wird Datenschutzrecht aber besser sichtbar und irgendwie im Bewusstsein auch der nicht jeden Tag in dem Feld arbeitenden Menschen höher. Ganz viele der Konzeptionen, die wir in dieser Datenschutzgrundverordnung erleben, kommen aus Deutschland. Also sehr viele Konzepte, die in der Datenschutzgrundverordnung drinnen stehen. Ich nenne hier nur zum Beispiel das Konzept des Datenschutzbeauftragten. Das sind Konzepte, die wir in Deutschland seit den 80er oder 90er Jahren kennen. Und das Wichtigste wahrscheinlich am Ende, ein alter Juristenspruch, wer schreibt, der bleibt. Also mehr als bisher wird man darauf achten müssen, dass man nicht nur sich rechtskonform verhält, sondern dass man das auch belegen kann. Das sind eigentlich so die wichtigsten Dinge. Für all die, die jetzt nicht wirklich mit einem Umsetzungsprojekt beschäftigt sind, reicht das vielleicht schon an Erstinformation. Allerdings, Achtung, die höhere Sichtbarkeit und vielleicht auch ein bisschen die höheren Strafen entstehen wesentlich auch deswegen, weil es eben höhere Strafen gibt, weil man eben ein Defizit erlebt hat bisher darin, in der Durchsetzung der bisherigen Regelungen gibt es jetzt dramatisch höhere Strafdrohungen. Das ist das, womit man eben Sichtbarkeit erreicht. In der Datenschutz-Grundverordnung steht drinnen, dass Strafen verhängt werden können für Verstöße, die bis zu 4 Prozent des Jahresumsatzes oder bis zu 20 Millionen Euro ausmachen können, je nachdem, welcher dieser beiden Beträge höher ist. Und 4 Prozent des Jahresumsatzes eines Unternehmens wie Facebook oder Google können dann auch schon ganz schnell in die Milliarden-Euro-Beträge gehen. Das heißt also, wir reden hier ganz, ganz von hohen Drohungen. Da habe ich jetzt eine gute und eine schlechte und dann noch eine schlechte Nachricht. Fangen wir mal mit der ersten schlechten Nachricht an. Ich spiele seit vielen Jahren ein persönliches Bullshit-Bingo. Dieses persönliche Bullshit-Bingo läuft so, dass ich bei jeder IT-rechtlichen und datenschutzrechtlichen Veranstaltung laut aufstehe und Bullshit rufe, zumindest in meinem Inneren, wenn das erste Mal das Wort Facebook oder Google vorkommt. Und dieses Bullshit-Bingo haben wir jetzt hier gerade recht früh verloren, weil ich ja jetzt schon das erste Mal Facebook und Google gesagt habe. Das hat allerdings einen Grund und der Grund ist, dass man die Datenschutz-Grundverordnung auch so verstehen kann und in vielen Bereichen so lesen muss, dass es eben eine Regulierung ist, die sich hauptsächlich an, also versucht, Missstände zu bekämpfen, die mit so großen Unternehmen wie zum Beispiel Facebook oder Google zu tun haben. Das ist also zweitens dann auch eine gute Nachricht, weil es um Facebook und Google etc. primär geht, hat ein österreichisches Gesetz, über das ich auch noch kurz reden werde etwas später, nämlich das sogenannte Datenschutzanpassungsgesetz, diese enormen Strafen und diese enormen Risiken für den öffentlichen Bereich ausgenommen. Wenn Sie also im öffentlichen Bereich arbeiten, dann wird Ihre öffentliche Einrichtung von dieser hohen Strafe nicht bedroht sein. Das ist eine gute Nachricht. Jetzt kommt aber gleich nochmal eine schlechte Nachricht hinten drauf. Das ist zwar richtig, gleichzeitig redet die Datenschutz-Grundverordnung aber nicht nur von Strafen, sondern sie redet auch von so unangenehmen Dingen wie zum Beispiel Schadenersatz und es gibt keine Ausnahme in Bezug auf das Schadensersatzrisiko. Wenn also durch einen Datenschutzverstoß in einer öffentlichen Stelle Schadenersatzansprüche entstehen könnten und das ist ja nicht ganz unwahrscheinlich, man stelle sich vor, dass eine öffentliche Behörde irgendwo Daten verliert oder gehackt wird oder ähnliche Dinge passieren, dann könnten Schadenersatzansprüche entstehen und die wiederum sind eben nicht für den öffentlichen Bereich ausgenommen. Das heißt also, man muss das als ernst nehmen. Es besteht jetzt kein persönliches Risiko, dass irgendjemand in einer Behörde unmittelbar jetzt eine 20 Millionen Euro Strafe droht, wie übrigens auch den meisten kleinen und mittelständischen Unternehmen dieses Risiko nicht drohen wird. Aber es bestehen trotzdem Anlässe, dieses Thema durchaus für relevant zu halten. Und das ist das Thema Anlässe, Untertitelung des ZDF, 2020